ich grüße dich in diesem video geht es um das thema weiterbildung weiterbildung das ist ja heute das stichwort informationen holen und dann kommt dann das nächste wieder ja wir haben eine information overflow also das heißt zu viele informationen habe ich dir schon mal irgendwo erzählt das ist eigentlich nicht wirklich wahr sondern wir haben einfach nur verlernt zu unterscheiden welche informationen ist mir wichtig welche informationen bringt mich weiter und welche informationen kann ich vernachlässigen oder interessiert mich überhaupt nicht aber zurück zum thema weiterbildung weiterbildung ist übrigens nicht unbedingt eine bringschuld gegenüber denen die was wissen die das weitergeben müssen und quasi dir als teilnehmer oder dir als was weiß ich suchender was schulden ganz im gegenteil denn es ist eine hohl schuld wenn man so will schuld ist immer ein doofes wort weiß ich hatten wir auch schon mal kurz aber egal es ist eigentlich deine pflicht dich weiterzubilden warum ganz einfach wenn du wirklich was im leben erreichen möchtest egal was sei das erfolg freude spaß partnerschaft egal dann bildet dich weiter in diesem gebiet das dich interessiert das dich weiterbringt ansonsten bleibst du da wo du bist und es verändert sich nichts das heißt du darfst weiter jammern was dich nicht weiterbringt du darfst weiterklagen was dich nicht weiterbringt du darfst auch sagen die müssen doch die sollten doch die könnten doch wenn sie wollten ja ist alles wahr stimmt wird sich sogar bewahrheiten bei dir nur es liegt an dir dich weiterzubilden denn weiterbildung bildet dich weiter nicht die anderen du solltest dir informationen besorgen dass du weiterkommst und nicht die anderen sind schuld dass du nicht weiterkommst sondern du alleine bist dafür verantwortlich ob dir das passt oder nicht das ist völlig egal das ist trotzdem so ja die manchen sehen es ein manche sehen es nicht ein für viele denken ja logisch klar tun dann aber wieder mal nichts wie sehen wie schon so oft viele reden jammern klagen und so weiter aber tun nichts nicht im sinne von tun ist das erfolgswort mit drei buchstaben tun tag und nacht nein das meine ich nicht sondern informiert dich was brauchst du wirklich damit du weiterkommst nicht die nächste tolle pille die dich was weiß ich in welches fähren katapultiert und dann bist du wo genau wieder hier wo du schon warst also nicht da wo du hin möchtest informiert dich richtig geh auf ein seminar such dir ein buch das dich anspricht das dich persönlich weiterbringt und nicht von außen nach innen sondern von innen nach außen denn alles was irgendwie nach erfolg schmeckt nicht stinkt sondern schmeckt kommt immer von innen nach außen wie das leben das leben findet auch nicht von außen nach innen statt sondern von innen nach außen also hol dir eine weiterbildung eine möglichkeit für übrigens apropos weiterbildung unter dem video findest du einen knopf da geht es zu einem seminar sagen wir eines geht nach zypern eines geht nach österreich eines geht nach deutschland schau dich mal um ich gebe da in allen drei ländern im moment dieses jahr ganz sicher irgendein seminar das dich interessiert mich würde es freuen auch dich begrüßen zu dürfen falls dir mein gesicht passt meine aussagen passen oder du findest nee der ist mir nicht sympathisch das lasse ich lieber dann schalt das video sofort ab schau mich nie mehr abonniere mich bei youtube schau nie mehr in mein blog egal es ist dein recht aber ich kann dir nur das geben was du brauchst und was schon in dir ist das kann man bei dir erwecken das kann ich bei dir erwecken ansonsten nichts denn du kannst tausend dinge lernen tausend bücher lesen tausend seminare besuchen und es passiert nichts warum weil es dich nicht anspricht daher sind meine seminare alle sehr praktisch bezogen da findest du sofort raus das ist was für mich oder das ist nichts für mich daher weiterbildung ist das wort in diesem jahr dieses jahr ist prädestiniert zum sich weiterbilden es hat noch nie so viel gutes wirklich wirklich gutes wissen gegeben schau dich ein bisschen um unter anderem darfst du auch dich bei mir herumschauen und vielleicht mir eine frage stellen per mail oder wie auch immer telefonieren telefonnummer ist auf der webseite und vielleicht sehen wir uns in einem seminar von mir das würde mich unheimlich freuen sei das in deutschland österreich der schweiz oder zypern herzlichen dank für deine aufmerksamkeit und hey schau dir das mal an sie doch wahnsinnig schön aus bis zum nächsten video ciao 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 ciao